2003 war ein entscheidendes Jahr für das McLaren F1-Team. In den letzten Jahren, in denen sie den Titel hinterherjagten, war McLaren fest entschlossen, wieder an die Spitze zu kommen und Ferrari mit Michael Schumacher herauszufordern. Aber wie erfolgreich war diese Saison im Jahr 2003 denn für das McLaren-Team? Und was macht das Team, um ihre Strategie wirklich aufgehen zu lassen? Willkommen zu der Analyse zum McLaren-Team im Jahr 2003. In den frühen 2000ern war McLaren auf der Jagd nach Ferrari, das mit Michael Schumacher wirklich die Formel 1 dominierte. Nachdem McLaren seit Mika Häkkinen im Jahr 1999 keinen Fahrertitel mehr gewonnen hatte, setzte das Team 2003 alles auf eine erneute Titelchance. Ihre Fahrer, der 23-jährige Finne Kenny Raikön und der erfahrene Schotte David Kufart. Raikön war jung, schnell und konstant. Ideal für einen Titelkampf. Kufart brachte viel Erfahrung und technische Kenntnisse ins Team. Dann wollten sie die lange Durststrecke wenden und McLaren wieder an die Spitze bringen. Das Auto war eine weiterentwickelte Version des Vorjahresmodells und galt als solide, aber nicht unbedingt revolutionär. Doch diese Evolution zeigte sich aus. Mit dem MP4-17-D konnte das Team in den ersten Rennen der Saison wirklich stark pumpen. Zum Beispiel erzielt das Auto in den ersten beiden Rennen zwei Siege. Man konnte die ersten beiden Rennen gewinnen. David Kufart das erste und Kimi Raikönnen das zweite in Malaysia. Insgesamt holte McLaren mit dem MP4-17-D in 16 Rennen 13 Podiumsplätze und war bis zum letzten Rennen im Titelkampf noch dabei. Besonders auffällig war aber auch, dass das Auto sich auf kühleren Strecken eher wohlfühlte und dort seine Stärken mehr ausspielen konnte. Kimi Raikönnen, der oft als Iceman bezeichnet wurde, beeindruckte durch seine Gelassenheit und Konstanz. In 16 Rennen sammelte er 91 Punkte und stand zehnmal auf dem Podium. Der Höhepunkt, sein Sieg beim großen Preis von Malaysia. Allerdings war es auch der einzige Sieg von Kimi Raikönnen in dem Jahr 2003. Er holte dafür aber sehr, sehr viele zweite Plätze. Raikönnen kämpfte die gesamte Saison über Konstanz um den Titel und verpasste ihn am Ende sehr, sehr knapp mit nur zwei Punkten Abstand zum Weltmeister Michael Schumacher. Seine konstante Punkteausbeutelte im ersten sieben Rennen erzielte er bereits sechs Podiumsplätze und hielt McLaren bis zum Saisonende im Titelkampf. Besonders in Monaco und Suzuka zeigte er herausragende Leistungen und bewies, dass er einer der besten Fahrer des Jahres war. David Kurfahrt hatte zwar nicht die Konstanz seines Teamkollegen, aber seine Erfahrungen und sein Wissen waren für das Team von unschätzbarem Wert. Kurfahrt konnte die Saison mit 51 Punkten und einen bemerkenswerten Sieg beim großen Preis von Australien beginnen. Leider gelangte es ihm allerdings nicht, das gleiche Level an Konstanz zu erreichen wie Kimi Raikönnen. Er kämpfte häufiger mit den etwas schnelleren Ferraris und Williams. Trotz gleicher Schwierigkeiten blieb er ein wichtiger Punktlieferant, der McLaren im Kampf um die Konstrukteurswertung stabilisierte. McLaren startete wirklich sehr, sehr stark in die Saison. Nach dem Sieg von Kurfahrt in Australien und Raiköns Triumph in Malaysia sah es zunächst wirklich vielversprechend aus. In den ersten sechs Rennen konnte das Team regelmäßig punkten und lag lange Zeit vor Ferrari und Williams. Doch zu sagen Mitte wendete sich das Blatt. Ferrari verbesserte kontinuierlich das F2003 Modell und Williams fand mit dem FW25 mehr Speed. Ab dem großen Preis von Kanada wurde es für McLaren schwerer, mit den zwei Teams wirklich was mitzuhalten. Am Ende der Saison erreichte das Team den dritten Platz in der Konstrukteurswertung mit 142 Punkten, zwei Punkte weniger als Williams und 16 Punkte weniger als Ferrari. Besonders beeindruckend war, dass McLaren in einer Saison, in der Ferrari und Williams als überlegend galten, trotzdem bis zum letzten Rennen um den Fahrertitel mitkämpfen konnte. Ein Blick auf die Stärken und Schwächen des McLaren-Teams 2003 zeigt, dass das Team einen der konstantesten Fahrer des Jahres in Kimi Raikön hatte. Seine zehn Podiumsplätze waren herausragend und seine Konstanz sorgte dafür, dass McLaren lange im Titelkampf blieb. Allerdings zeigte sich im Laufe der Saison, dass der MP4-17D technisch gegen Ferrari und Williams unterlegen war. McLaren hatte insgesamt mehr technische Ausfälle als Ferrari, was in der entscheidenden Phase der Saison einen erheblichen Nachteil darstückte. Zudem konnte McLaren den für 2003 geplanten MP4-18 wegen Zuverlässigkeitsproblemen nie einsetzen, was den Druck erhöhte, das ältere Modell, den MP4-17D, weiterzuentwickeln. Letztlich fehlte diesem Modell der letzte Schritt, um im Rennen gegen Ferrari und Williams wirklich mithalten zu können. Eine große Frage bleibt aber tatsächlich, was wäre passiert, wenn der MP4-18 einsatzbereit gewesen wäre? Der MP4-18 wurde als technischer Durchbruch gehandelt und sollte McLaren wieder zur Spitze führen. Doch das Auto hatte erhebliche Probleme in der Entwicklung, insbesondere in puncto Zuverlässigkeit. Und natürlich auch die Sicherheit und wurde halt nie in den Rennen eingesetzt. Diese Entscheidung bedeutete, dass McLaren die gesamte Saison mit dem MP4-17D bestreiten musste, während Ferrari mit dem F-2003 in der zweiten Saisonhälfte wirklich zunehmend dominierte. Es bleibt halt eine offene Frage, ob der MP4-18 das Potenzial gehabt hätte, McLaren über Ferrari zu stellen. 2003 war für McLaren eine Saison voller Hoffnung, aber auch verpasster Chancen. Trotz eines älteren Autos und ausbleibendes MP4-18 kämpfte das Team die gesamte Saison über um den Titel und bewies damit seine Stärke und Entschlossenheit. Am Ende fehlten Kimi Rai Köln nur zwei Punkte zum Titel, was die Enttäuschung und gleichzeitig die Motivation für die Zukunft aber auch steigert. 2003 bleibt eines der aufregendsten Kapitel der McLaren-Geschichte und zeigt, wie knapp Erfolg und Misserfolg in der Formel 1 oft beieinander liegen.